so weiter geht es da wo wir aufgehört haben auch da wo wir letzt mal gestorben sind wo ist denn da der nächste ach so das waren die zwei ok ok jetzt check ich es erst muss ich da oben rein ja ich denke mal schon aber wie viele hier sind von denen das ist absolut krass also dass das militär dann nicht mehr hier ist finde ich irgendwo verständlich finde ich echt irgendwo verständlich da komme ich nicht rein ok wo sollen wir jetzt lang ich kann euch erzähle ich die ganze zeit im kreis laufen sie noch irgendwas ich muss doch in die andere richtung da vorne schon wieder so ein klicke oh mein gott wo kommen die bloß alle her so sieht er mich eigentlich immer als erstes klicke 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 und ein bäm und noch mal kommt ja klar da muss auch noch nachladen und ist alle er wollte noch sagen warum sie keine waffe bekommt aha aber das haben wir jetzt endlich mal abgewürgt ach da geht es da rein ja ein wunder ein oh gott habe ich jetzt angst gekriegt so alles einsammeln ne wie kann man eine viertel schere bekommen woher kriegt man denn sowas hier irgendwas drin ne sah zumindest so aus naja ob das hier so sicher ist ich bezweifle das ehrlich gesagt ich bezweifle das echt weil hier sieht es echt gruselig aus gibt es hier irgendwas zum essen oder so ja midi pack in form einer dose geil müssen wir hier wieder raus gehen oder ne dann laufen wir wieder im kreis WTF muss ich hin ah firefly anhänger ok nehmen wir uns natürlich mit elli hä wer macht da geräusche oben kommen wir nicht lang oder nein komm lauft mir nicht immer alle hinterher geht's mir auf die geht's auf die seite so ok ja da muss es einen anderen weg noch geben sieht aus wie als wäre das unser haus gewesen aber wo muss ich hin achso wir sind jetzt da unten achso ja stimmt stimmt aber da geht's auch nicht lang vielleicht dann doch in die andere Richtung ne da vorne ist doch zu nö da muss es da lang gehen also dann wir haben ja sowieso schon alles getötet was es zum töten gibt hä aber ich bin jetzt etwas verwirrt also wir sind jetzt hier in der wohngegend und irgendwie komme ich jetzt hier nicht weiter weil ich keinen plan habe wo ich hin muss seid ihr noch alle da ja achso da waren wir aber noch nicht oder doch da waren wir auch ach hier geht's raus aha 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 gut man sollte sich einfach nur umschauen ja sie ist von drinnen verriegelt und jetzt wie wäre es denn damit was die Katzentür hä ja dann sei sehr vorsichtig na klar ich habe so ein ungutes Gefühl dass dass die jetzt attackiert wird wo sind sie denn ach da zwei Stück wir können sie ja raus scheuchen sie haben uns nicht gesehen wir in Deckung bleiben vorsichtig aber gut wir kommen da gar nicht rein wenn die da drin stehen also da sind zwei ich brauche einen Stein ich brauche einen Stein ey die gib mir den Stein gibst du mir nicht? ok aber ich habe eine Flasche so wow das hat ja viel gebracht aber ich könnte sie ja mit so einem Cocktail abwerfen oder? habe ich noch einen? ja ja ich habe noch einen komm gut einer wer somit erledigt wo ist der andere? ok und ja jetzt komm er schieße sie ha war das nicht geil oder? gleich zwei auf einmal ja ja ok ok aber wir sind schon da? gut ja dann schauen wir doch mal ok kann man sich da irgendwas grabben? irgendwo? ne ach man ich habe so das ich habe ja echt Panik in diesem Haus wieso rennt der so? wieso rennt der so? ok los hoch jetzt aufs Wohnmobil und rüber das sollte reichen na los, na los, na los ach da oben ok ja dann ab gehts wer hat das da gelassen? wer hat das da gelassen? hast du Freunde hier? nein aber ich kann mir schon denken wer den Weg nutzen könnte ja ich auch die Schule ist hier nebenan gehen wir rein komm Ellie ja jetzt lass mich hier noch was mitnehmen ach ein Messer, geil ich habe ein Messer, hihi ja dann hilf mir hier mal kurz ok ich helf dir und dann schauen wir mal ob uns jetzt wieder so viel überrascht naja mhm sieht nicht gesund aus ragt aus der Schule raus na los na los da hinten sind einige müssen leise sein ja gut dann schnappen wir uns erstmal den da rechts oder? ok ich bleib jetzt einfach mal hier da hinten ist nochmal eine ok renn die hin renn die hin schnapp ich mir halt erst den da von hinten ist immer die beste Variante aber der wird nicht gesehen komm schon schneller gut lad nach, lad nach lad nach ich hab gesagt nachladen du Idiot wieso? stirb oh wie der eine der kann sich echt nicht verteidigen der hat doch ein Messer weg mit dir komm schon stirb ja als ob als ob alter ja klar ja klar du boah dass der überlebt hat alter Bill komm erschieß sie doch einfach meine Fresse der ist für nichts zu gebrauchen der Typ und ich muss natürlich gleich schießen ok gibts noch irgendjemand hier ich bring irgendwie mal alle in Gefahr ist euch das schon mal aufgefallen? sind da hinten noch welche? oder haben wir jetzt alle erledigt? welcher Truck denn überhaupt? ich hab noch gar keinen gesehen ja klar ja klar als ob jedes Mann oh Gott wie viele wir sind ey seid ihr krank? ja tot super 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 habt ihr super gemacht ok ok wo bin ich denn jetzt? bin ich wieder am Anfang? ja ok dann versuchen wir mal den anderen Weg sonst darf halt niemand sehen aber das ist das Problem ich sehe ja niemanden wie soll ich das dann hinkriegen ohne dass mich jemand entdeckt? so ok ok kommen wir vielleicht irgendwo außen rum? rein? nee war ja klar war ja klar welcher Truck überhaupt der da ach der da vorne alter bis wir da drüben sind ich höre auch gar keinen die kommt dann wie so aus dem Nichts ok völlig in die falsche Richtung gelaufen finde ich nicht cool hm da vielleicht irgendwas auch nicht ok die kam erst hier aber da ist nichts da ist doch gar nichts da ist doch gar nichts wo kam die dann her? hinter uns vielleicht? nö ey die lauf lauf klar komm stirb stirb geh mal aus der Spur bam nass alter wie viele das ja klar als ob als ob töte ihn du auch noch und du auch noch komm einfach ich brauche einen Medipack wir sollten nichts riskieren ich brauche einen Medipack tut mir leid tut mir leid ja genau verbinde dich erstmal komm wir haben so viel Leben riskiert für was denn? ok gibt es irgendwo noch Patronen oder sowas? nö toll ja die kommen dann so plötzlich aus dem Nichts ok im Prinzip begriffen wie lade ich denn nochmal nach? ich habe das immer noch nicht kapiert da liegt eine Leiter auf dem Bus hilf mir da hoch dann hole ich sie ja ok komm her gib mir die Leiter oder gib uns die Leiter dass wir weiter kommen gut jetzt kommt wahrscheinlich wieder gleich eine Hauruck Aktion und irgendjemand muss sterben wahrscheinlich ich ach jetzt auch komm ich will da auch hoch da können die wenigstens nicht hochkommen alles ok wir müssen nur zur Motorhaube kommen mhm sehr schlau da drin wir holen uns die Batterie und wir machen dass wir hier weg kommen verdammt verschlossen alles verschlossen wir müssen da rein um an die Batterie zu kommen na los Bill ich hab's durch das Fenster ja komm ja ja dann geh doch rein mein Gott hey wie lange das jetzt gedauert hast du das gesehen? ja klar ein Klicker genau wenn wir jetzt keine Hilfe haben bam komm er schießt ja will ich auch hoffen hey meine Güte was ist denn was ist los mit dem Spiel ich will jetzt vereint dich ja und wie kommen wir jetzt da wieder raus meine Fresse komm was es ist leer verdammt Leute wohin Bill wohin erstmal weg hier ja toll keine Batterie dein dein scheiß ernst wir schleichen uns hinten raus ihr zwei folgt mir ich bringe uns hier raus na dann los ihr zwei folgt mir mhm wie als würde ich mich hier auskennen was ist denn das ist das ein Runner oder ja also den Runner den könnte ich mir schon packen ja aber gut wenn die immer im Kreis läuft das ist ein bisschen schwierig oh nein da ist auch noch ein Klicker fuck das habe ich jetzt natürlich nicht mit mit berechnet so so jetzt stirb 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 gut wo ist der Klicker da vorne ok ist da noch einer ah da ist wieder ein Runner ok hätte ich gesagt greifen wir uns mal den Runner Mist 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 und jetzt und jetzt und jetzt oh mein Gott alles und jetzt ja ich sollte ihm nicht mehr helfen ist klar ja also ok komm also was soll das das macht mich fertig wo geht es denn da überhaupt raus müssen auf jeden fall hier wieso schreit die so wir wissen dass hier runner sind sollte ich mal oben lang gehen vielleicht geht es oben überhaupt lang nein ja die clicker sind irgendwie gefährlicher als die runner wieso habe ich jetzt taschenlappern gemacht da ist noch ein clicker und da ist ein runner und der runner ist richtig gefährlich weil der schreit ja gleich wenn der uns sieht wo ist denn der eine clicker okay der eine clicker ist weg okay kommt der wieder raus ja kommt wieder raus ich muss mir nur schauen wann der sich umdreht kommt schon schneller schneller ja perfekt ich höre ein clicker die ganze zeit hinter mir okay aber der ist da vorne alles klar gut aber bis jetzt sieht es mal ganz gut aus bis jetzt so ist da irgendwo lang ich denke ich muss da drüben hin in dem raum war er jetzt nicht so ich komme doch da nicht durch aber der sieht uns doch jetzt ich bleibe jetzt einfach mal hier neben der tür stehen hier lang genau jetzt warten warten ja also klar bestimmt das darf doch nie wahr sein ich will das nicht ständig machen das darf nicht wahr sein echt das darf nicht sein ich habe keine lust ständig nochmal neu zu machen okay gut dann sind wir wieder an der stelle so der ist ja leicht zu killen also der runner zumindest die anderen sind nicht so leicht wieso kommen die clicker da immer wieder rein also immer wenn ich den einen versuch zu töte da kommt gleich ein clicker hinterher ich weiß nicht zum teufel man nachladet ladet man nicht nach wenn man die waffe nicht hat ich versuch's mal ja stimmt okay gut meine freundern sage ich vielen dank fürs zusehen daumen nach oben wenn es euch gefallen hat unbedingt weiter dranbleiben zum nächsten part von last of us remastered und ich hoffe bis dahin sind wir auch mal hier wieder rausgekommen ja also wie gesagt vielen dank fürs zusehen und bis bald 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 Vielen Dank.